BigBlueButton Version 2.7 Die neue Version bringt einige spannende Änderungen mit sich. Unter Aktionen und Layout-Einstellungen gibt es mit dem Layout-Video im Zentrum eine etwas erneuerte Ansicht. Nun sind sowohl Personen mit, als auch Personen ohne aktive Webcam als Kacheln zu sehen. Wie bei allen Layout-Einstellungen kann sich jede und jeder, der an der Webkonferenz teilnimmt, das Layout für sich selbst einstellen. Eine Person in der Rolle Präsentator kann zusätzlich ein ausgewähltes Layout über den Button »Für alle aktualisieren« auf die Ansicht aller Teilnehmenden in der Webkonferenz übertragen. Neu ist auch im benutzerdefinierten Layout, wenn die Person in der Rolle Präsentator die eigene Ansicht durch Track & Drop verändert, wirkt sich das ebenfalls auf alle anderen aus. Und auch hier gilt, das passiert nicht bei Teilnehmenden, diese können sich ihre Ansicht unbemerkt zurechtschieben. Es lässt sich nun auch die Selbstansicht bei aktiver Webcam deaktivieren. Dafür auf den eigenen Namen links unterhalb des Kamerabildes klicken und Selbstansicht deaktivieren auswählen. Während alle anderen das eigene Webcam-Bild normal sehen können, sieht man sich selbst nicht, stattdessen einen Balken mit der entsprechenden Info über der eigenen Kachel. Ein weiteres videobezogenes neues Feature ist »Kamera als Inhalt teilen«. Das hat zur Folge, dass die ausgewählte Kamera auf der Präsentationsfläche gezeigt wird. Die Qualität des Bildes ist bei dieser Einstellung besonders gut, sie eignet sich daher zum Beispiel gut für das Streamen von Tafelsettings im Hörsaal. Die Präsentation, gegebenenfalls mit vorhandenen Annotationen, lässt sich weiter »Über Aktionen und Präsentationen hochladen« verwalten, als Link in den Chat stellen. Zusätzlich wurde aber auch die Option »Download der Originalpräsentation« reaktiviert. Nach der Auswahl erscheint ein kleiner Pfeil unterhalb der Präsentationsfläche, über den alle Teilnehmenden auf Wunsch die Originalpräsentation ohne Annotationen herunterladen können. Ein ganz neues Feature ist der Kurzzeitwecker oder die Stoppuhr. Dieses Feature kann von Personen in der Rolle Moderator betätigt werden. Man kann nun entweder eine Stoppuhr starten, diese läuft dann rechts oben und ist mit einem Icon klar zu erkennen, oder man stellt einen Kurzzeitwecker, also einen Timer ein, beispielsweise auf 5 Sekunden und wählt Start. Auch dieser ist am selben Icon erkennbar, es gibt aber einen Ton, wenn der Wecker klingt. Neu ist außerdem die prominenter platzierte Reaktionsleiste unterhalb der Präsentationsfläche. Reaktionen mit Emojis lassen sich nun hierüber einfacher und schneller aktivieren. Wie vorher auch erscheinen sie im jeweiligen Personen-Icon der Teilnehmerliste. So lange, bis sie über Doppelklick auf das Emoji wieder ausgeschaltet werden oder nach einem automatischen Timeout von zwei Minuten. Das Handheben funktioniert wie gewohnt, wird einer Hand gehoben, erscheint der Hinweis auf eine Wortmeldung als Pop-up bei allen Personen in der Rolle Moderator oder Präsentator. So lange, bis sie über Doppelklick verteilen, Heroes oder Präsentator, schnell wieder ausgeschaltet werden, Doppelklick auf den Tabellenci in der Kan Kita-körsteng, Vielen Dank.